Ich begrüße Sie herzlich an Ihrem Bildschirm. Heute möchte ich Ihnen unser Unisbred Ausbring-Gestänge vorstellen. Es ist unschlagbar, wenn es um kleine Arbeitsbreiten geht. Mehr Flexibilität in der Landwirtschaft und eine optimale Lösung für das Nachrüsten am bestehenden Fasswagen. Dieser Wunsch begleitete uns bei der Entwicklung des Unisbreds. Das Ergebnis ist ein Gestänge, das so flexibel einsetzbar ist wie nötig, da es mit allen Auslässen kombinierbar ist. Viele unserer Kunden greifen gerne je nach Fasswagen und Zugfahrzeug auch auf kleinere Ausbringtechniken zurück, denn sie passen besser zu den Gegebenheiten und sind zudem auch einfacher im Handling. Verfügbar ist das neue Unisbred in den Arbeitsbreiten 6, 7,5 und 9 Meter. Kommen wir nun zu den Vorteilen. Wie alle Vogelsang-Gestänge profitieren Sie mit dem Unisbred von höchster Präzision bei der Gülleausbringung. Er ist für alle Auslässe und Böden geeignet, ob Grünland, Acker oder bewachsener Bestand, ob Schleppschlauch oder Schleppschuh. Und natürlich profitieren Sie von der gleichen Bestückung wie andere Vogelsang-Geschenke, wie zum Beispiel den Exaktverteiler oder der durchdachten Schlauchverlegung. Zudem handelt es sich bei dem Unisbred bzw. bei der Montage des Gestänges um eine Plug-and-Play-Installation. Aufgrund der 3-Punkt- oder 4-Punkt-Ausführung erreichen wir auch hier eine hohe Flexibilität. Dass das Gestänge dabei recht klein ist und ein geringes Gesamtgewicht hat, ist, was die Nachrüstung betrifft, ein weiterer Vorteil. Weitere technische Vorteile sind die hydraulische Folgesteuerung, der Anfahrschutz im Seitenarm, die Teilbreitenabschaltung sowie die integrierte Transportsicherung. Wenn es speziell kleine Arbeitsbreiten betrifft und Sie Wert legen auf eine präzise Gülleausbringung, dann setzen Sie auf das Unisbred. Melden Sie sich, wir beraten Sie gerne persönlich. Vogelsang – Leading in Technology